Dass Rottenburg eine römische Vorläufer-Siedlung hatte, dürfte so ziemlich jedem in der Region Neckaralp bekannt sein. Doch dass Rottenburg 425 Jahre zu Österreich gehört hat, ist ein bislang eher unbekanntes und vernachlässigtes Kapitel der Stadtgeschichte. Rottenburg wurde im 13. Jahrhundert durch die Grafen von Hohenberg gründet und später aus Geldnot an Österreich verkauft. Unser heutiger Beitrag zur Themenwoche Geschichte. Alle Habsburger haben einen Tropfen Rottenburger Blut in ihren Adern, so Peter Ehrmann. Das lag an der Heirat von Gertrud von Hohenberg mit Rudolf von Habsburg im Jahre 1245. Diese verwandtschaftlichen Beziehungen waren auch der Grund, warum die Hohenberger in ihrer wirtschaftlichen Not 1381 Rottenburg samt Grafschaft an Österreich verkauften und nicht an das umliegende Württemberg. Das führte zu einigen Änderungen. Also über die Jahrhunderte sicher, man muss sich klar machen, Rottenburg gehört zu einem Land, das in den Balkan hineinreicht. Will heißen, Prag oder Mailand oder Zagreb oder Wien sind Inland, während Tübingen und Stuttgart natürlich Ausland sind. Doch die Enklavensituation als Teil Österreichs inmitten von Württemberg verhinderte ein Wachstum des beschaulichen Landstädtchens mit seiner Ackerbürgschaft und seinen Handwerkern. Der Landadel war vor allem in die Verwaltungsstruktur eingebunden. So lebte das Geschlecht der Hohenberger, nicht zu verwechseln mit den Gründern Rottenburgs, im Waldhorn. Zudem prägen Klöster und der katholische Glaube die Stadt. Für die kulturelle Blütephase Rottenburgs steht Mechthild von der Pfalz. Sie errichtete in der Stadt einen Musenhof. Heute würde man sagen, sie tritt als Sponsorin von Literaten, von Autoren, von Kulturschaffenden auf im 15. Jahrhundert. Doch wollte sie ihre Herrschaft Rottenburg ihrem Sohn Eberhard im Barte, Herzog von Württemberg, zuschachern, scheiterte mit diesem Ansinnen aber an der Zentrale in Wien. Eine Figur am Marktbrunnen in Rottenburg könnte eine Verballhornung Eberhards sein. Sie sehen ein kleines, schmächtiges Männchen mit einem Helm, der zwei Nummern zu groß ist, ein kleines Stäblein in der Hand. Am Original sieht man auch, während die beiden anderen Figuren dieses Brunnens mit dem Brunnen fest verbunden sind, steht er so seltsam lose. Und im Original war er auch genau nach Nordosten, also Richtung Tübingen, ausgerichtet. Also eine Deutung, das hier könnte sozusagen die steingewordene lange Nase sein, der Rottenburger, an den Herzog Ätsch, du hast es nicht gekriegt. Doch dann kam Napoleon. 1806 rupfte er die Schwanzfäder des Doppeladlers, wie Vorderösterreich auch genannt wurde, und schlug Rottenburg dem Königreich Württemberg zu. Damit änderte sich wieder vieles, denn Wien war fern, aber Stuttgart nah. Es wurde stärker vom Hof aus regiert und kontrolliert. Ein Überbleibsel der Geschichte als Teil Österreichs ist der katholische Glaube. So wurde Rottenburg 1821 Sitz des Württembergischen Landesbistums.